Was zur Hölle? Hallo? Oh Gott! Das ist ja arschig! Charb, 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 Charb! Nein! Hallo, YouTube! Willkommen zu einer neuen Horror-Folge Head Horse Legacy! Ich, ähm... Ich hab das nur gesehen und... Ich dachte halt an Pferde und es ist laut Sprache Deutsch, ja, okay Wir sind gespannt, wie die deutsche Übersetzung sein wird Ähm... Mehr Optionen gibt's nicht, okay Ich weiß nicht, wie lang das geht Was ist extra modi? In Backrooms Ähm... Nee, Moment Wir machen erst das Normale Ja, wir gucken erst mal, was das... Was das ist... Oh... Ähm... Schwierigkeitsgrad Geist, normal, einem Abtraum Leicht, leicht, leicht Warte, okay Du wirst von Feinden nicht gesehen Nütze diesen Modus zum Üben Anzeigen Werden alle vier Minuten angezeigt Was sind wir für Anzeigen? Normal Head Horse läuft und rennt Normal Sieht gut, hört gut Albtraum Sehr schnell Nee, das machen wir nicht Leicht Läuft Moment Ist müde und dünn Head Horse läuft und rennt Normal Sieht nicht gut Hört nicht gut Ist 60 Sekunden beträubt Äh... Äh... Dafür ist auch Feind Nette Wir üben, ja Anzeigen Werden alle vier Minuten angezeigt Okay Was zur Hölle Skin auswählen Das ist doch Silent Hill War Silent Hill? Ich glaub ja Na, das sieht ja schön aus Sushi, Mann Ich find, der sieht gut aus Dunkler Modus Zeit anzeigen Denken wir Blut zeigen? Ja, doch Bestimmt, ne? Spiel starten Das ist bestimmt wieder ein Copyright-Claim Wie bei den Radioliedern jedes Mal Aber Rheinsing hilft auch meistens nicht Wo sind wir denn hier? 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 Gefragt, wo ich hingehe Okay Tag 1 Geist Bitzli dunkel, ne? Kann ich Habe ich Jetzt ist es nicht mehr ganz so deutsch Oh, guck mal Huch Das kommt runter Wie wär's denn mit Helligkeit? Warte, er ist jetzt genommen Ja, okay Hm, okay Ich bin normal, ja? Oh, ich hörte heute Schreie Es scheint, dass dieser verdammte Typ mehr Menschen gefangen hat Ich habe noch keinen Weg gefunden, um von hier mit diesen elektrischen Zäunen zu entkommen Und dieser verdammte Hund wird schwer zu vermeiden sein Hallo? Oh Gott Mom, you let me leave my room I want to see the outside Okay, also, äh Wäre ich jetzt kein Geist? Hätte er mich jetzt gekriegt? Oder wie? Äh, wo war ich? Nun, wenn Sie diesen Brief lesen War das vielleicht da? Schätz Nun, wenn Sie diesen Brief lesen, bedeutet das, dass es für mich genauso geendet hat Schön Ich hoffe, Sie haben mehr Glück Ich versuche, einen Taser zu bekommen Den er in einem Schrank in der Nähe des Badezimmers Merken? Schrank, Badezimmer? In der Nähe Nicht im Badezimmer In der Nähe vom Badezimmer aufbewahrt Ich habe den Schlüssel schon bekommen Oh, Helen Aber ich habe ihn versehentlich in den Abfluss der Küchenspüle fallen lassen Okay Küche, Spüle, Schlüssel Dann, Nähe, Badezimmer Mein Gott Es ist übrigens Freitagmorgen Ich bin um kurz vor sechs vom Kotzener-Kater wach geworden Ich bin also nicht so oft damit fähig Ähm Ich brauche etwas, um den Schlüssel von dort aus zurück zu gewinnen Also brauchen wir auch noch erst was Wenn es mir gelingt zu entkommen, werde ich die Polizei anrufen, um diesen Wahnsinn Diesem Wahnsinn an Ende zu setzen Aber wenn Sie das lesen, bedeutet das leider, dass ich keinen Erfolg hatte Oh, ich kann Schubladen aufmachen Okay Da klimpert doch was drin Hm, okay Achso, okay Ist er jetzt von alleine umgefallen? War er umgefallen? Entkomme Ja, okay Hier ist wohl sonst nichts mehr useful Ne, wir sind ja ein Geist Ich kann mir jetzt erstmal alles angucken Oh ja, das ist ja Ich schon mal sagte, ich bin für Horrorkunst Aber nicht für jede Ich weiß nicht, ob ich mir das Was ist das? Weil mir das irgendwo hinhängen würde So, was haben wir denn hier? Hübsche Wandmalerei Ah, okay Und am Bett verstecken geht auch Ich finde das sehr gut So kann ich mir alles in Ruhe angucken Was ist das? Taser Ladung Okay Ne, das nehmen wir mal mit Puff The dog likes meat Der Hund mag Fleisch Es gibt einen Hund Oh Das ist bestimmt ein Badezimmer Oder auch eine Küche Ich brauche den Schlüssel, um diesen Schrank zu öffnen Du kannst meine Angst riechen Ja, das mag sein Aber ich bin ein Geist Du kannst mich gar nicht sehen Hier Muss das Ne, warte, Moment Wir sind im Bad Ich in der Küche Er hat den Schlüssel Okay, okay Der Hund mag Fleisch Kann Hab ich nicht vielleicht einen Rucksack? Der Hund mag Fleisch Also Taser Ladung liegt im Bad Gut Hallo Er hat den Schlüssel Wo hat er denn den Schlüssel? Ne, ich bring deinem Hund jetzt Fleisch Da geht's hoch Da geht's hoch Das ist übrigens Fleisch, weil ich nichts mehr Interessanteres finde Hm Ja Das ist jetzt, äh Ich meine, den Hund muss ich ja nicht ablenken Weil er sieht mich ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, ja, ja Bla, bla, bla The dog likes me Oh Ich muss die Schrauben entfernen Ja, warte mal Wie kann ich See Ja Der Käfig Ist nicht so gut gelaufen für dich, Kumpel, glaube ich, ne? Brauche etwas, um dies zu drehen Wieso? Der ist, achso Das brauche ich Heißt das, ich kann den Schraubenzieher jetzt Wer? Achso, unter dem Bett verstecken Ist das eine Uhr, ne? Hm Bild gucken Ich, äh, erkenne das nicht so wirklich Gott, Gott, hallo Du kannst mich nicht sehen Gott sei Dank Oh, ich würde so sterben, ne? Ne, 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 ne Ich möchte in Ruhe alles gucken Finde ich super hier Ein Bild Redemption Oh, das hat was Würde ich auch nicht aufhängen Aber, äh Interpretationsmäßig Sehr gut Okay, da kam ich her Habe ich Keine Taschenlampe oder sowas Okay, geht's auch nicht Das heißt, ich muss nach oben Was ist denn mit unten? Es gibt doch ein unten Unten oder oben Wo ging's hoch? Hier ging's hoch Ja, 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 ja Alles gut Ich kann Ich kann gar nicht springen Aber ich Könnte rennen Für eine gewisse Weile Ich fühle mich so klein Ich bin so groß Wie eine Kommode Nee Nix Irgendwas ist hier An meinem Sitzplatz verändert Seitdem ich Diskret Spiel gespielt habe Wo ich die Maus nicht brauchte Irgendwie ist jetzt So wenig Platz Jetzt für mich Ist das hier Nix Moment Wo war ich denn Da kam ich hoch Hier ist die Absteckkamer Es ist so dunkel Ich muss das mal Für mich kurz Heller machen Und für euch Im Schnitt Hab ich das auch Wie schon gemacht So Ich kann das Im Schnitt Immer nur bedingt Heller für euch machen Weil ich Ich hier unten In der Ecke Werde sonst Sehr hell Und zum Geist Es sieht so aus Als würde Eine der Medaillen fehlen So ein Äh Ich würde sagen Astronaut Taucherhelm Was War das gerade Achso Tür Hm Nette Matrize Oh das ist auch Zum Verstecken Ich muss mal wieder Wieso Hab ich das so leise Hier ist nix Und die Sensitivität Kann tatsächlich Doch ein Ticken Tacken Höher Ja okay Ich freu nämlich Langsam mit Deiner schnelleren Maus an Ja ich glaub Hä War ich noch nicht Ich wollte gerade sagen Ich glaub ich hab alles Und Geh runter Das ist immer noch Ne Taser Ladung Ich weiß noch nicht Wo der Taser ist Das und das Zum Verstecken Ah Jetzt habe ich mir Den Überblick Verloren Ja lach du mal Du kriegst Mich nicht Oh Hm Okay Ein Pferd Ach guck mal Jetzt so am Rand Das verschwimmt Dann so Also so glitscht Das Heißt das irgendwie Dass wir Ach gut wir haben Einen über den Schädel Gekriegt Okay Verstehende Kinderzeichnung Immer Ganz toll Liebe Eltern Beachtet Was eure Kinder malen Das könnte ein Hilfeschrei sein Ja Definitiv Das geht noch so Was ähnliches Hab ich auch gemalt Als ich klein war Okay Er hat also Ein Kind geschlafen I hate you Mami Hate you Hate you Hate all of you Er hat gesagt I hate you Mami Hi Du kannst mich gar nicht sehen Guck mich nicht an Ich brauche immer noch einen Taser Moment Warte mal Hier war ich doch Jetzt schon Ich gehe jetzt wieder Wo muss ich denn Hinzugehen Irgendwo hier Oder Da Und es gab Ein unten Guck mal Ich packe mal Die Zweite Taser Ladung Auch mit dazu Da fehlt mir Immer noch was Wir gehen mal Nach unten Versuchen Ein Schluck Kaffee Jetzt schnell zu trinken Hier müsste ja der Hund Drum laufen Wobei Hunde Haben ja Es wird ja gesagt So den Sinn Um Geister Zu spüren Weißt du Der Hund könnte mich Doch sehen Ich könnte einfach Auch fliehen Oh Gott Wie gesagt Ich Liebe diesen Modus Ich bin so froh Wieso bimmelt das Das ist ja Arschig Ja, 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 ja Oh Ich muss die Schrauben Nein Gibt es denn hier Noch ein Schraubenzieher Ich kann Sachen Transportieren Vielleicht Da kann ich mich Verstecken Ich finde das schon In diesem Modus Nicht so einfach Das ist das Witzel So zu lösen Ist das der Abfluss Wo hier was Drin sein soll Ja Könnte auch bald Mal wieder sauber Gemacht werden Oh Steckt am Tisch Fest Oh Hund Ich habe den Hund noch nicht Gesehen Wahrscheinlich werde ich mich erschrecken Escape Ich brauche eine Zugangskarte Okay Ich glaube Es ist komplizierter Als ich denke Ich brauche etwas Um dies zu drehen Und du hier Ich brauche einen Türschlüssel Ach du Heiliger Okay Alter Ist das Kompliziert Mir geht dich gar nichts an Wo ich bin Ich würde ja Nur panisch Durch die Gegend Laufen Und Überhaupt Nichts sehen Warum muss ich Da hinten Escapen Ich bin doch Hier auch draußen Okay Obwohl ich es Krass heller Gemacht habe Für mich Ist es Arschdunkel Ah Wo war das Ding Was oben Oben Irgendwo Ich kriechen Musste Was ist hier Los Warum kann ich Hier nicht Nicht hoch So Wenn Da ist Eine kleine Kante Oh mein Gott Wir können Da nicht Drüber Springen Kunstwerk Interessant Ja 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 Bla 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 Mensch Also den muss ich Da hinpacken Wo man Kriechen Musste Und irgendwo Hier unten Für Brauche ich Ich den schrauben Kann ich das hier mit Auge machen Nein Aber es sieht doch Passend aus Okay Schrauben Schrauben Schraubendreher Für Uhr Hier gehen wir Ja Gehen wir Da hoch Ich glaube Hier oben Steht hier was Auf den Stufen Nein Wo war Denn das Aber man konnte Ja auch Field of View Ändern Ist das Jetzt Weiter Weg Okay Es ist Fällt mir Besser Ich mag Nicht immer So nah Dran Sein Oh Hier war ich Gar nicht Was ist das Ein Stimmt Nach Vielen Versuchen Schafft es Bob Bob Der Barmeister Das Passwort Zum Panel Zu Finden Das Zugang Zum Keller Aber Der Nahm Die Sicherung Und Versteckte Sie Er Lies Das Passwort Hinter Einigen Gemälden Oder In Blinden Flecken Versteckt Ich Brauche Auch Die Sicherung Um Dieses Tor Zu Öffnen Vielleicht Finde Ich Dort Unten Etwas Das Mir hilft Diese Verdammte Orts Okay Moment Bob Bob Ist Ein Arsch Keks Nein 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 Bob Hatte Das Passwort Das Zugang Zum Keller Wir sind Doch Im Keller Da Haben Die Sicherung Versteckte Sicherlichst Das Passwort Hinter Ein Gemälden Oder In Blinden Flecken Ich Brauche Auch Die Sicherung Um Dieses Tor Zu Öffnen Wir Meinen Die Haustür Zum Escapen Da Oder Es Ist Unten Oder Gab Es Noch Ein weiteres Unten In Einigen Gemälden Aber Was Heißt In Blinden Flecken Wir Brauchen Die Sicherung Wir Brauchen So Viele Sachen Was Lass Ich 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 Nehne Mal Das Kurz Mit Oh Gott Bin Ich Brauche Ich Den Etwa Hallo Ist Schon Zu Okay Ich versuche Mir zu merken Schlüssel Liegt Hier Da Blutspur Ein Et Um Gottes Schlüssel Dahinter dem Kinderzimmer Raum Wo War Das Mit Dem Kriechen Hier Hier Nicht Oh Gott So Viele Sachen Wie So Ich Das Denn Machen Okay Du Gehst Runter Ich Bleib Mal Kurz Hier Also Oben Oben Ist Ein Schlüssel Wenn das hier mit dem Kriechen nicht war Dann war es irgendwo hier Hier war es Guck dir mal Zellenschlüssel Was ist ein Zellen Also ich weiß was ein Zellenschlüssel ist Aber Ich habe Bisher Auch Keinen Hund Gesehen Wo Ging es nach oben Warte er hat Hinter Das war sein Zellenschlüssel Alter Das ist Zellenschlüssel Was mir Abwegs gefallen hat Das habe ich hier noch nicht Aufgemacht Oh Das steht Oh Nix Hier ist ein Bild Nix Hi Hier ging es doch irgendwo nach oben Da Zellenschlüssel Zelle Nein Nein Irgendeine Blutspur Oder Dort richtig Hier vielleicht Nein Okay Vorhänge Schloss Schlüssel War hier noch was Zellenschlüssel Was denn für eine Zelle Ich meine da wo Das Skelett lag Stand Cave Aber Gott Ich kann mir diesen Weg einfach nicht Merken Aber da war ja Nichts zum Aufschließen Oh Ich habe das ja da Direkt gekriegt Ach und wo ist der Der Schraubenschlüssel Wo habe ich den Fall denn lassen Kann ich bitte abspülen Das ist ein bisschen eklig Hier Er hat den Schlüssel Ne Ich habe den Schlüssel Das Das war verkehrt oder War das verkehrt Naja ich glaube nicht Es war nicht verkehrt Vorhängeschloss Vorhängeschloss Und Das jetzt gerade Ein bisschen Vorhängeschloss Und Zellenschlüssel Nope Ist schon wieder hier Nope Nope Doch Äh Stift 80 78 78 Kann ich mir bestimmt Auch merken Aber ich bin halt Nicht So wach Gerade Was wollte ich Äh Haustür Hier gibt es einen Kerner Bin ich da vorhin Daran vorbeigelatscht Hier gibt es Na Um Gottes willen Nimm ihn mit Finden wir doch Hier nie wieder Mit dem Schrauben Ja Schlüssel Ach was Eine Zange Ah Zange So Okay Das ist schon mal Auch etwas Um die Nägel Zu entfernen Das heißt Eine Brechstange Brauchen wir auch Zugangskarte Kann ich hier schon mal Was eintippen Nein Okay Wieso ruckelt das so Ne BC ist auch nicht warm Upsi Hi Dad I'm in pain I smell so bad Where have you gone Help me Ja das tut mir Furchtbar furchtbar leid Für dich aber Warum haben wir den Schraubenzieher Irgendwo Beim Skelett Gelassen Und Was ist im Keller Es ist einfach so Groß Es ist unfassbar Ich schmeiß trotzdem Alle anderen Blauch Wo war der Keller Hallo Ja den habe ich Hallo Ich habe Ein 80 78 Das penne ist aus Ach das hat die Alte gemeint Mit dem Zettel Eine Sicherung Tja also wenn du hier runter gehst Und der kommt Dann bist du auch verloren Glaube ich Speichert der eigentlich Nee irgendwie nicht Hallo Oh was soll denn das Ähm Das Skelett war Eine Etage Höher Zum Krabbeln Was hast du jetzt für Probleme mit Treppenstufen auf einmal Dieses Geruckeln Das ist nicht schön Ich weiß gerade nicht so genau Ob wir das so zu Ende kriegen Im Moment hier Was hat der hier gemacht Ach Kann ich mir mitnehmen Nee Warte mal hier Weil ich habe ja hier die Dinger abgemacht Dachte ich Da Guck mal Dankengang war doch nicht so verkehrt Nee Schraubenzieher So Und jetzt mit Schraubenzieher Zur Hallo Uhr Liegt das an meinem Field of View Settings Änderungskram Ich hoffe es Weil ich möchte Das Nicht abbrechen Jetzt Wo ist die Uhr Warte mal Hier war doch auch irgendwas Da ist die Uhr Oder ist es als Geist gar nicht gedacht Dass man so lange das macht Was stand da Truenschlüssel Was für eine Truhe Ist das ein anderes draußen Das ist ein anderes draußen Boah ey Das ist ja furchtbar Nina Schrauben Brauche ich dieses andere Ding Oder den Schraubendreher Guck mal das hier los Egal ist die Nagelzieher Ach Gott Ich glaube ich brauche mal einen Zentralen Ablageort Wo ich einfach alles hin Packe Ich habe den Hund gefunden Hi Ja Ja Du bist ja ein Feini Ne Ja Du siehst mich nicht Du siehst mich einfach nicht Du siehst mich nicht Mensch Ich habe nicht gebimmelt Wurde nur das Tür Ach da ist die Bimmel Ich habe gebimmelt Ja Ei 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 Das ruckelt aber Ganz schön Ist das euer Ernst Eine Batterie Und Ein Was sowieso Ich brauche einen Tankdeckel Zum Fliehen Ich versuche jetzt noch mal Mit dem ursprünglichen Achso Ich könnte Ich könnte es hiermit versuchen Ich glaube es hat sogar ein bisschen mehr Ja Moment Ja Okay Also pass mal auf Wir machen das jetzt so Ich Werde an dieser Stelle einmal die Folge beenden Und Werde schauen Ob Der hoffentlich das Spiel speichert Was ist das Autogurt Hm Ähm Ähm Weil wenn ja Dann Werde ich das nochmal neu starten Und dann weitermachen Wenn nicht Dann war das Ein erster Eindruck Von diesem tollen Spiel Ich werde Dieses Backrooms Dings Dieses Special Modi Werde ich aber noch machen Denke ich Wo ist er eigentlich hier Ich würde ihn gerne nochmal zum Abschluss zeigen Ich kann ihn nochmal bimmeln Weil so macht das doch echt keinen Spaß Oder Das ist ja für euch auch blöd Wenn das hier so Duck 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 Wo ist er denn Hier Bimmel 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 Ah da bist du Guten Tag Mommy let me leave my room I wanna see the outside Mommy hat dich rausgelassen Okay Ja fein Das freut mich für dich Gut Okay Also wie gesagt I'll catch up to you Ja okay Ich mach grad die ab Mod Könntest du bitte kurz Danke Also danke fürs Zuschauen Und äh Ich schau doch mal Vielleicht bis zum nächsten Mal hier Oder im Backrooms Oder ich äh Weiß nicht wo So Bis dann Tschüssi Oder ich is Bis dann